Guten Morgen Süßer. Rubi kommt gleich her und dann arbeiten wir die restliche Patientenverfügung aus. Also wir haben das schon alles beim Notar unterschreiben lassen, aber wir haben da noch nie so richtig Details formuliert. Gruseliges Thema, oder? Aber muss irgendwie sein. Nun ja. Egal was ich mache, sobald ich mich hinlege und sei es nur für 30 Sekunden, wäre ich sofort müde. Aber egal, ich gehe jetzt erstmal schnell duschen, nachdem ich noch 3-4 Minuten gelegen gehabt. Und dann werde ich auch mal ein bisschen was vorbereiten, weil Grubi kommt ja auch demnächst und dann geht der Tag irgendwie los, oder? Ich habe gestern ein urig langes Gespräch mit Mama gehabt, so über diese ganze Nummer. Ich bin guter Dinge mittlerweile, auch wenn ich jetzt noch ein bisschen verpennt wirke, aber das liegt glaube ich an der Uhrzeit. Duschen. Beste. Frühstück machen. Wer weiß, wollte ich mal meine geilen Schuhe sehen. Na? Wie cool sind die so? Das wird heute ein richtig schöner Tag. Es ist jetzt schon total warm. Also wenn ich im Pulli irgendwo rumlaufe, so wie jetzt gerade, dann muss es warm werden, weil ich bin die größte Fruchtbeule auf der ganzen Welt. Brötchen. Wirklich, so krasses Wetter. Aber ich glaube man sieht das im Hintergrund auch schon ganz gut. Ordentlich schnell heute. Wie viele Brötchen du geholt hast, Mama. Wie viele Brötchen du geholt hast. So, Frühstück ist gemacht. Und jetzt werde ich nochmal irgendwie 10 Minuten die Sonne ein wenig genießen. Und dann gibt es da gruselige Diskussionen, sagt man das so. Eigentlich ist ja was ganz Natürliches, aber ich kann euch das ja mal so ein bisschen erklären. Da war das irgendwie so ein bisschen komisch mit meinen Eltern, weil ich nicht genau wusste, ob die, wenn es denn soweit sein sollte, irgendwann in ganz ferner Zukunft, dass die so eine Entscheidung fällen können. Und ich glaube, Grubi würde das auch nicht einfach fallen. Aber der ist da, der ist da, wie sagt man das so? Der könnte das für mich regeln. Ich weiß nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll. Aber Grubi ist da so der Typ für, dass der, ähm, es ist so ultraschwer zu formulieren. Irgendwie, aber er ist so der Typ, der sowas kann. Also in Bezug auf mich, auf andere wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, so innerhalb einer Familie ist das sowieso immer schwer. Aber wir haben damals irgendwann mal den, äh, den Hinweis von einem Arzt bekommen, dass wir sowas machen sollen, weil diese Chemotherapien halt sehr stark sind. Dann haben wir das am selben oder am nächsten Tag irgendwie eingerichtet bei einem Freund vom Papa, der Rechtsanwalt und Notar ist. Und saßen dann da beide ultra faul und haben dieses Ding ausgefüllt. Und haben das aber bis heute nicht richtig geklärt, so, was so die Details daran sein sollen. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, wenn wir das jetzt endlich mal angehen. Aber vorher, 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 vorher wird noch ganz in Ruhe gefrühstückt. Und müssen die Sonne genossen. Ich finde diese Schuhe einfach viel zu geil. Ich würde mir die am liebsten irgendwo in eine Vitrine hängen oder so. Damit ich mein ganzes Leben was davon habe. Guckt euch das mal an, ey. Sind Chucks nicht einfach die coolsten Schuhe auf der ganzen Welt? Yeah. Hello. Willst du reinkommen? Was? Willst du reinkommen? Ja, ne, ne, ich bleibe hier draußen. Ich frühstücke hier draußen heute. Neben mit dem Rollermännich. Du Amateur. Hallo, Mann. In Zeiten von Corona wie dicht traust du dich an mich ran? Na super dicht, aber ich habe Angst. Aber ich bin eigentlich gesund. Eigentlich, aber man weiß es ja immer nicht. Deswegen, man muss da eigentlich vorsichtig sein. Aber wir sitzen uns ja nicht gegenüber. Und außerdem, ich glaube, nebeneinander stehen das in Ordnung. Wir dürfen uns so nicht. Aber da ist auch so viel Humbug dabei. Man weiß es doch. Wie man es macht, macht man es falsch. Ich dachte, ich setze mich bei dir auf den Schoß. Ja, das ist am Ende des Tages auch scheißegal. Das sieht voll so verzattelt aus. Das ist eben Sonntag, ne? Ja, ich auch, Alter. Ich bin für... Ultra verzattelt. Ja. Und ich bin zu warm angezogen, aber auf dem Moped ist ja kalt auf der Autobahn. 110. Was? Bist du 110? Nein, niemals. Dann würde ich ja hier was zugeben im Internet. Nein, sowas meine ich nicht. Ich bin verantwortungsfrei. Ich bin verheiratet. Ich muss auch... Ich würde dir hübschen. So, ich gehe rein. Ich sage deiner Mama Hallo. Mach mal. Und Porcher. Und Porcher. Und Porcher. Darf ich zu gucken? Hey, hey. Hallo, meine Liebe. Hallo, meine Liebe. Hallo. Willst du mich auch stehen? Äh, ja. Ja. Warum? Hörni, guck mal, was ich hier mitgemacht habe. Äh... Wie muss ich jetzt wo hinkriegen? Äh, da wo du sie hast. Oder wo du sie vermutest. Mhm. Da klebst du sie einfach in den Strang und dann komm nie an da ran zu kleben. Dann weißt du, welche hast du da nicht.